Die Burg ist die jüngste und kleinste von den vier Neckarsteinerer Burgen, in 1250 erbaut, als Schwalbennest wegen der Lager am Felshang gebaut. So, was soll ich noch sagen? Und das Wahrzeichen von Neckar Steiner. Ja, genau. In den beiden Türmchen. So, das ist sie. Die Burg Schaleg, auch genannt das Schwalbennest. Deshalb müsst ihr jetzt hochdrehen zum Schwalbennest. So ist es. Das machen wir auch nochmal. Ja, bloß müssen wir die Aufnahmetaste drücken, dann klappt es eventuell. Und guck mal her. Ja, genau. Keine Chance. Ich bin verwischt am Eis am Burgen. Ruckstatt durch. Dann machen wir das Jungen, oder? Ja? Ja? Ja. Dann machen wir das, was wir da immer. Ja. Das ist so gut, okay? Ja. Wenn ihr一定要. Ja, ähnlich, was wir sehen? Ja. 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 Das ist eine tolle Sache, so auf den Aufstieg hat es sich gelohnt, ist wohl dann doch wieder frei, das Ding? Ja, eine eingerichtete Richterküche, Bratpfanne, Aluschale mit Holzkohle und Holz, schön nass. Wind nach Erich! Geh! Geh! Danke. 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 Alles ok oder schon wieder zu mir? Der Hauptbeil aufgehängt Die drei Burgen von Neckarsteinach Ich bin in Neckarsteinach x-mal dran vorbeigefahren und auch zu meinen älteren Jobs wo ich die Ampeln hier noch gemacht habe wo ich die Schulen hier betreut habe Ich habe den Weg nie hoch geschafft Ja, jetzt habe ich es endlich mal gemacht Zehn Jahre später Also vor zehn Jahren hatte ich es bereits vor und jetzt habe ich es endlich mal gemacht Bin ganz begeistert Es ist wesentlich dunkler wie es auf dem Video aussieht Also das iPhone macht hier tolle Videoaufnahmen